Geschätzte Porsche-Freunde, mein Name ist David Lokmelis und ich bin Verkaufsberater hier im Porsche-Zentrum in Basel. Damit wir Ihnen in dieser Zeit weiterhin professionellen Service bieten können, ist unser Empfang, der Kundendienst und Werkstatt weiterhin für Sie hier. Wir, der Verkauf, sind im Homeoffice, haben aber Zugriff auf alle Systeme. Sie können uns erreichen über E-Mail, Telefon oder soziale Medien, Facebook, Instagram, was auch immer, was Ihnen am besten passt. Heute darf ich Ihnen den Porsche 718 Boxster T vorstellen. Das T steht für Leichtbau, was sich vor allem am Innenraum sehr gut erkennen lässt. Lass euch inspirieren! 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 Lass euch inspirieren!